Ich flogen zu meinem Vater und dann sind wir immer hier hingegangen. Aber was einen meins interessieren würde, wäre schon, was die Mädels und Jungs, die was das seit 500 Jahren machen wahrscheinlich, so denken, wenn sie mir zuschauen. Aber du merkst einfach so, obwohl sie dir gar nichts zeigen, ja, siehst du, das ist so ein Trottel. Der macht dir alles verkehrt. Bei sich ist es anders, wie sie es machen würden. Ich würde mich sehr überrascht, wenn jemand die Spillpans oder Crispy Top und ich würde mich sehr, sehr interessieren. Ich möchte jetzt erst mit den Pancakes gehen auf, wahrscheinlich die Nudeln bei denen früher gehen. Keine Ahnung. Die Musik. Das Gefühl, dass das mir dahinter als erstes passt und danach immer die Nudeln. Letzah. Ich habe Spaß. Wo ist denn hier? Keller. Service? Service. Na, jetzt bin ich schon angespannt.